Moin moin alle zusammen. In diesem Video würde ich euch gerne zeigen, wie man diesen Applikator in Mavis Lab baut. Dazu müssen wir uns einmal klar machen, wie sieht dieser Applikator aus. Er ist aus zwei Teilen zusammengesetzt. Einmal das blaue, das ist der Schaft, das ist ein Zylinder sozusagen. Und obendrauf gesetzt ist in rot hier in diesem Fall ein Kegel, das ist die Spitze des Applikators. Also müssen wir irgendwie aus zwei Teilen zusammen das Ganze bauen. Fangen wir an. Wir haben ein leeres Mavis Lab Projekt und fangen an, indem wir unseren Zylinder bauen. Und den kriegen wir durch einen SO-Zylinder. Wir kennen das schon, wir haben hier so kleine Module, die wir reinziehen können. Und im Doppelklick drauf kriegen wir die Größen. Wir wählen hier jetzt mal einen Radius von 1 und eine Höhe von 20. Wunderbar. Und dann wollen wir uns das Ganze natürlich auch einmal anzeigen lassen. Und das kriegen wir hin mit einem SO-Separator. Ja, und wir kennen das schon immer von unten nach oben. Hier kommt ein Bild rein. So, und wenn wir einen Doppelklick auf den Separator machen, sehen wir auch schon unseren Stab, unseren Zylinder oder Schaft des Applikators. Auch erkennen wir, wenn wir zum Beispiel den Radius hier auf 3 stellen, wird der Ganze dicker. Wenn wir den Radius auf 1 lassen, lassen wir ihn auf 1. Mit zum Beispiel 10 würde ich ihn halt kürzer machen. Ich nehme mal die Werte aus dem Tutorial, 1 und 20. So, hier geht es weiter. Jetzt wollen wir dem Ganzen noch ein Material geben, um dem eine Farbe zu verpassen sozusagen. Und das machen wir mit dem SO-Material. Ja, und genauso wie man es schon kennt, wir connecten das. Und hier ist es vielleicht entscheidend. Wir sehen hier schon entweder einen großen Punkt oder einen kleinen. Ja, wenn wir den großen wählen, wird der andere disconnected. Deswegen wählen wir mal einen kleinen, dann sind beide connected. Wunderbar. Und mit dem Material, da können wir jetzt noch eine Farbe auswählen. Ich nehme jetzt auch ungefähr die aus dem Tutorial. Irgendwie so ein Blauton war das. Wunderbar. Und wenn ich jetzt unseren Separator angucke, sehen wir, oh, irgendwie hat das nicht gewirkt. Liegt ganz einfach da dran, dass das Material zuerst eingeklickt werden muss und nicht als zweites. Also, zuerst das Material, das kommt auf der linken Seite und dann der Zylinder. Dann funktioniert es auch. Wunderbar. Jetzt fehlt uns noch, wir haben also den, ich ziehe das mal so ein bisschen nach unten, den blauen Schaft. Jetzt fehlt uns natürlich noch dieses kegelförmige, ja, die kegelförmige Spitze. Und das ist ein S.O. Cone. Ja, wenn wir dann doppelt direkt drauf machen, sieht das ähnlich aus. Wir haben einen Radius, wir haben einen Radius, der am Boden ist. Da sollten wir das Reichen wählen, wie bei dem Zylinder logischerweise. Und eine Höhe, in diesem Fall wähle ich meinetwegen die Höhe 3. Je höher die Höhe, desto spitzer wird das Ganze. Sehen wir auch gleich. So, ich lasse es mal offen, dann können wir da gleich noch ein bisschen mit ausprobieren. Und das Ganze würde ich natürlich auch wieder in einen Separator packen, sodass ich das erkenne, was das eigentlich geworden ist. So, und sehe, da ist meine Spitze. Wunderbar. Und ich will ja auch, wenn ich die jetzt zum Beispiel auf 4 stelle, wird das ganze Ding ein wenig spitzer. Ich lasse die mal auf 3, wie gesagt, nachvollziehbar aus dem Tutorial. Und das Gleiche, was wir jetzt eben gemacht haben, ich schiebe den schon mal hier rüber. Wir wollen dem natürlich auch ein Material geben. Und wählen dafür wieder S.O. Material. Connecten das, wichtig, Material zuerst. Und wählen dann meinetwegen eine Farbe aus. Und das ist irgendwie so ein Orange-Rot-Ton meinetwegen. Wunderbar. Jetzt habe ich hier meine Spitze und ich habe hier meinen Schaft. Jetzt sollen die noch irgendwie zusammenkommen. Und dafür gibt es das Ganze wieder in eine Group packen wir das zusammen. Also die beiden Separator in eine Group. Und dann sollte das schon klappen. Aber wir sehen irgendwie nichts. Wenn ich aber den hier disconnecte, sehen wir trotzdem, dass die Kegelspitze, unser Cone, irgendwie da ist. Connecte ich sie wieder, ist sie irgendwie weg. Jetzt fragt man sich natürlich, wo ist sie hin. Das Problem ist, dass sie ineinander sind. Und da der Zylinder die volle Größe hat, erkennen wir den Kegel nicht. Dafür müssen wir den Zylinder und den Kegel so ein bisschen miteinander verschieben. Und dafür gibt es eine SO Translation, also eine Verschiebung. Und was wir verschieben ist, den Cone, also die Spitze. Ja, also connecten wir den. Ich packe den mal in die Mitte. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, welche Länge man gewählt hat und so weiter und so fort. Wenn man die Werte aus dem Tutorial nimmt, sind es 11,5. Ja, dann ist es genau an der Spitze. Ihr seht auch, sobald ich 12 einstelle, haben wir hier eine Lücke zwischen. Das wollen wir natürlich nachher nicht. So, das soll nachher die Nadel darstellen, die injiziert werden soll. Wunderbar. So, jetzt haben wir unseren Applicator gebaut. Um das Ganze so ein bisschen schön zu machen. Ich mache das alles mal ein bisschen zu. Ja, mit den Werten kann man rumspielen. Um das Ganze so ein bisschen schön zu machen, packen wir das mal alles zusammen in eine Gruppe. Dadurch, also ich markiere alles gemeinsam. Ja, und sagt Grouping, add to new group. Und den nennen wir einfach Applicator. Jetzt habe ich eine Gruppe, und zwar den Applicator. Und die kann ich jetzt als Ganzes verschieben. Und da ist mein Applicator drin. Und wenn ich sie rausverbinden will, nehme ich einfach diese Verbindung und kann sie irgendwo hinzufügen. Das möchte ich nochmal eben ganz kurz machen, um ihn einmal schön darzustellen. Es gibt diesen Examen Viewer. Examen, ja, wo ist er denn? Moment. So, Examiner Viewer. Ich glaube, der ist es. Nee, der ist es nicht. Entschuldigung. Der ist es. Der extra SoExaminer Viewer. Da verbinde ich es mal mit. Jetzt sehe ich, hier ist es drin. Das sieht ja erst mal nicht anders aus als in der Group. Aber ich habe den großen Vorteil, dass ich hier noch einen Hintergrund hinzufügen kann. Den SoBackground. Und den füge ich einfach hinzu. Und ich lasse es mal offen, damit wir sehen, was der eigentliche Unterschied ist. Hier ist nur unser Applicator. Wenn ich jetzt unseren Background noch hinzufüge, sieht das alles ein bisschen schöner aus. Hat einen Verlauf. Und wir können es besser erkennen. Und dieses 3D-Modeling wird ein bisschen deutlicher. Okay, wunderbar. An dieser Stelle haben wir unseren Applicator gebaut und im nächsten Video geht es weiter. Auf Wiedersehen. Wie geht's der Film?